Im New Yorker Studio ist nun für uns Patrick Dunn von Watership Electric. Mr. Dunn, was können Sie uns zu diesem Zeitpunkt schon sagen? Soweit wir es nachvollziehen konnten, war es kein Unfall. Na, wenn das kein Unfall war, dann steckt ja wohl Absicht dahinter. Die ganze Sache hat sowohl uns als auch die Japaner erwischt. Schätze, uns ist allen klar, wen wir verantwortlich machen sollen. Da ist Otomo. Wir scheinen dasselbe Problem zu haben, Admiral. Bei der Analyse der verbliebenen Datenspuren konnten wir herausfinden, dass die Störungen, die kürzlich zum Ausfall unseres Stromnetzes führten, vermutlich denselben Ursprung hatten wie die, die unsere Finanzmärkte getroffen haben. Ich bin mir sicher, dass die Koreaner und die Chinesen hinter dieser Sache stecken. Seien Sie da bitte nicht zu voreilig, Admiral. Wir verdächtigen in der Sache einen Mann namens Sarkaisi. Er hatte Zugriff auf die waffenfähigen Algorithmen, die man schon mal benutzt hat, und zwar in Georgia. Außerdem war er einer der Spezialisten, die man nach den großen Stromausfällen von 2003 konsultierte. Ich weiß, ich bin bereits über diese Verbindungen informiert worden. Haben Sie ihn denn schon gefunden, diesen Sarkaisi? Noch nicht, aber es dauert nicht mehr lange. Ich melde mich bei Ihnen. Fischer, ich fürchte, dass wir es mit einer Verschwörung zu tun haben, deren Ziel es ist, die ganze Welt in eine Krise zu stürzen. Sarkaisi weiß vermutlich mehr über Information Warfare als jede andere und Displays unterhält eine schlagkräftige Truppe, die an keinen Staat der Welt gebunden ist. Obendrein sind diese Jungs besser ausgerüstet als die meisten Regierungstruppen. Wir müssen schnellstens herausfinden, ob das ein Zufall ist oder ob der jemand aus den Reihen von Displays zum großen Schlag ausholt. Zu allem Übel unterhält unser State Department einige äußerst wichtige Verträge mit Displays. Das gibt der ganzen Geschichte noch eine zusätzliche Brisanz. Auch wenn ich dein Leben nur ungern in Gefahr bringe. Diesmal gilt. Nur Aufklärung. Keine Toten. Fischer, wir müssen herausfinden, ob Displays und Sarkaisi zusammenarbeiten. Und bis wir es wissen, soll ich es ruhig angehen lassen. Wenn du jemanden tötest, werde ich die Mission abbrechen. Das Pentagon hat mit Displays Verträge in der ganzen Welt. Der Präsident verschluckt sich an einer Brezel, wenn er von unserer Aktion erfährt. Okay, also unser Befehl lautet, kein Töten, nur Aufklären. Wir sollten mal schnell aufs Offset schauen. Und da haben wir einige Ziele. Das heißt natürlich, töten Sie niemanden. Finden Sie heraus, wer für die Sicherheit von Sarkaisis verantwortlich ist. Ja, greifen Sie auf den Zentralserver im Serverraum zu und finden Sie den Zugangsalgorithmus für den Server. Da sind wir ja eine Zeit lang beschäftigt. Was gibt's denn durch ihn zu? Nun, Marco sagt, du sollst dich behalten. Die Luft da drin wird irgendwie muffig. Was schert mich, was Marco sagt? Ich kenne ihn nicht einmal. Ich werde ihm sagen, dass du das gesagt hast. Hä, tu dir keinen Zwang an. Junge, das gibt Ärger. Mir doch egal. Ja, die Herren vertragen sich nicht so wirklich. Da ist ziemlich hell, gell. Und da spaziert schon ein Moment. Also wir müssen in das Gebäude von Displayseilbrecher. Moment, gleich hört er mich. Oder nicht? Sag ich mal. Ja, der hat scheinbar was mit den Ohren. Rat jetzt, rat er sich um. Stimmt irgendetwas mit dem Lüftungssystem, nicht? Wer sind Sie? Nun, stell dir einfach vor, ich sei Harry Tupper. Wer? Ein schlecht gelaunter und schwer bewaffneter Heizungstechniker, der dir Fragen über dein Lüftungssystem stellt. Ich vermute, ich vermute, es funktioniert seit dem Stromausfall nicht richtig. Wenn ich das wollte. Dürfte es mir also nicht besonders schwer fallen, diesen großen Ventilator zu deaktivieren, oder? Ich weiß nicht, warum sollten Sie das wollen? Aus Abenteuerlust. Dem Hang zum Nervenkitzel. Okay. Mir ist gleich, was Sie mit dem Ventilator anstellen. Nur töten Sie mich nicht. Oh, no. Keine Sorge. Das ist uns ja unterbunden worden. Das wird auch keine Menschen töten. Das ist doch vorne auch noch einer. Und wir müssen erst einmal den Ventilator irgendwie abstellen. Wahrscheinlich werden wir dann da irgendwie reinkommen. Da muss ich mal schauen, dass mich der nicht erwischt. Kommen wir da rum? Ja. Selbstverständlich. Und jetzt müssen wir ihn gerade noch überwältigen. Das hat ihn schon. Unserem Song hat er noch nichts. Gut, interessiert eh keinen. So, dann merken wir mal schauen. Dass wir den Ventilator irgendwie abstellen. Vielleicht irgendwo. Das hat sich gut gehört. Jetzt läuft er nämlich nimmer. Falle entschärfen. Was denn für Falle? Ach so, Moment einmal. Gut, und so sind wir drinnen. Können wir uns da Ops eigentlich schon, gell? So, und somit müssen wir schon mal im Gebäude sein. Da geht's nicht weiter. Da hinten geht's. So, da ist sie ziemlich hell. Aber seien wir ehrlich. Die Nationalgarde ist eine riesige, schwerfällige Organisation. Sicher. Das ist, was wir brauchen. Eine Präsenz. Im Gegenteil. Die Menschen wollen Schutz. Sie brauchen Schutz. Aber sie wollen den Schutz nicht sehen. Er macht ihnen Angst. Die Nationalgarde an jeder Straßenecke wird den Frieden sichern. Aber um welchen Preis? Sie werden darüber hinwegkommen, Julian. Woran sie sich erinnern werden, ist, dass die Nationalgarde nicht viel kostet. Ich habe es hier mit Steuerzahlern zu tun. Das letzte, was ich brauche, ist ein weiterer Finanzskandar. Also unter uns sitzen drei Herrschaften. Ich will Ihnen etwas zeigen. Können wir doch in den Kaffee, wo es machen? Nicht. Das ist hier von mir. Fischer, der leitende Angestellte. Vermutlich hat er den Zugangsalgorithmus für die zentralen Server auf seinem Laptop gespeichert. Lambert hat mich streckt angehalten, niemanden zu töten. Wenn du nahe genug an ihm dran bleibst, müsstest du seinen Laptop über eine Funkverbindung hacken können. Ich werde es versuchen. Hacken. Ja, gut. Können wir machen. Ist da jetzt keiner mehr unten? Nicht, oder? Und da draußen steht einer, oder was? Keiner. Das ist schon mal gut. Gut, da können wir uns einmal da ein bisschen umschauen. Achso, die verkaufen elektrische Fenster? Ich glaube, wir sind bei Displays. Okay. Achso, das waren unsere Fuschs. Unsere Schritte, oder? Nein. Das waren wir nicht. Da ist ziemlich hell. Operation Room. Was gibt's denn da? Meeting Room. Sam, jede der einzelnen Sektionen von Displays scheint ihren eigenen Server Cluster zu besitzen. Ich habe ein Programm auf dein Offset geladen, das eine kleine Hintertür in ihr Netzwerk einbauen wird. Soll ich es auf jeden der Server hochladen? Damit würdest du mir eine große Freude bereiten. Na, wenn du mich so nett darum bittest. Man kann nie vorsichtig genug sein. Was ist denn da los? Suchen die uns? Waren wir unversichtig, oder was? Scheinbar. Ich weiß nicht, ich soll mich da ausschütten. Was zum Teufel geht hier vor? Ich könnte schwören, dass da was war. Mann, du machst mich ganz irre. Und da müssen wir scheinbar was hacken. Und zwar für Grimm. Moment einmal. 69. 60. Genau, wir schauen, wo wir dockenen. Vielleicht erstmal den ausschütten. Seht ihr das? Achso, die haben da gerade ein E-Mail. Schaut mal ab. Scheiße, muss ich da noch jeden Rechner durchgehen? Sicherheitszugang. Da müssen wir das wieder machen. 69 und 10. Er hat die Leute bei der Morgenholt Sache in Peru kommandiert? Ja. Und jetzt bewacht er Sarkesi. Und... Verdammt. Er ist absolut sauber. Sieht so aus, als hätte man alles über ihn gelöscht. Hm. Wer auch immer er ist, er spielt auf beiden Seiten. Wir müssen Shetland informieren. Shetland ist auf sich allein gestellt. Wir können die OPSEC nicht für persönliche Interessen riskieren. Na schön. Dann werde ich versuchen, etwas über unseren Freund hier herauszufinden. Also Shetland ist scheinbar auch nicht so der Sauerstin. 194. Da war nix. Ach, da haben wir noch mehrer. Jetzt kannst du ein bisschen hinziehen. 30. Aber das bringt uns nicht viel. Ich brauch die Vorderzahl noch. 194. Ja, da ist. Das war nix. 193 war vorn. Hinten, also in der Mitte 40. Jetzt brauch ich noch die anderen zwei Zahlen, die da. Ist auch nix. 69. 193. Auch nix. Ja, war nix interessantes dabei. Dann hauen wir ab. Wie wollen wir da noch mehr Zeit vergolden? Warum läuft eigentlich da und die Musik? Was ist denn das da? Computer benutzen. 67. 192. Das müsste das sein. Türcode. Gute Arbeit, Sam. Du solltest jetzt auf den Zentralserver im Erdgeschoss zugreifen können. Dieses ganze Wireless-Zeug macht einem das Leben um einiges leichter. Ja, willkommen in der WiFi-Ära. Denk dran, das sagst du zu jemandem aus der Hi-Fi-Ära. Hi-Fi? Du hast aber schon mal von Surround gehört, oder? Noch bin ich nicht im Altenheim, Kindchen. Ich bin Altenheim. Ich bin Altenheim. Ich bin Altenheim. Vielen Dank.